Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es heute um die Outlier Gold von Creative. Diese sehr, sehr interessanten In-Ear-Kopfhörer kosten standardmäßig 100 Euro. Ihr bekommt sie allerdings jetzt für 69 und zusätzlich nochmal einen 10% Rabattgutschein. Was die Dinge alles taugen für unter 70 Euro, das werden wir uns einmal anschauen. Natürlich wie immer ist der Link für euch einmal zum Deal in der Infobox drin. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details und natürlich auch wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben. Und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Das Datenblatt ist erstmal geschmückt mit sehr, sehr interessanten Parametern von den Outlier Goals. 14 Stunden Spielzeit pro Ladung, also nicht fürs Ladecase, sondern wirklich pro Ladung. Dazu Kompatibilität mit intelligenten Sprachassistenten wie Google Assistant und Siri. Und was natürlich auch super spannend wird, dann ein hervorragender Sound, der unter anderem durch die hauseigene Super X-Fi Software gewährleistet werden soll. Wie das funktioniert, das schauen wir uns an. Creative ja einer der größten Hersteller, wenn es um Kopfhörer und generell auch Computertechnik geht. Hier wirklich mit einem absoluten Premium-Produkt. Als ich mir das angeschaut habe, haben die noch 100 Euro gekostet. Und ich war echt begeistert, muss ich damals ganz ehrlich sagen, was die ganze Verpackung, das ganze Erlebnis rund um die Outlier Goals betrifft. Und das hält sich eigentlich auch bis heute, denn die Outlier Goals sind tatsächlich vom Design her super, super schick. Natürlich, man muss dieses Goldene mögen, aber das ist das ganze Motto dieser Kopfhörer. Aber dann top funktional mit den Touchpads links und rechts. Man hat hier die Möglichkeit, unter anderem natürlich auch damit Sport zu machen, weshalb man die auch nochmal IPX5 ausgezeichnet hat. Damit sind sie natürlich auch perfekt für den Outdoor-Betrieb geeignet. Natürlich nicht 100% wasserdicht, aber für den Sport und dementsprechend auch für Regen etc. reicht das dicke aus. Was ebenfalls hier direkt zu Beginn auffällt, ist dann das dicke Ladecase. Wirklich Wahnsinn, was man hier an Akku reingepackt hat. 39 Stunden Spielzeit ist hier auf Reserve vorhanden. Das muss man sich mal reinziehen. 14 Stunden Spielzeit halten die mit einer Ladung. Gibt es ganz, ganz selten, auch bei anderen Herstellern. Und das funktioniert wirklich gut, muss man sagen. Also es sind mindestens 14 Stunden, die man hier durchgehend Musik hören kann. Was wirklich erstaunlich ist, gerade wenn wir uns andere Hersteller auf dem Markt angucken, die vielleicht so drei bis fünf Stunden schaffen, aber 14 Stunden dann schon ein utopischer Wert, der hier trotzdem real wirklich dargestellt wird. Wenn man sich dann etwas genauer umschaut bei den Outlier Goals, dann fällt direkt von vornherein auf, Creative hat das alles möglichst einfach gestaltet. Man kann die Dinger mit dem Bluetooth koppeln und schon kann man Musik hören. Man kann aber auch, wenn man möchte, die hauseigene Super X-Fi Software nutzen. Dadurch ist das Klangerlebnis nochmal feiner zu kalibrieren und wir haben hier natürlich auch mehrfach ausgezeichnete Möglichkeiten, die tatsächlich am Ende nochmal für ein Gesamterlebnis sorgen, was nochmal deutlich besser ist als das normale Bluetooth-Koppeln. Aber für jeden, der jetzt einfach sagt, ich möchte die Dinger einfach nur auspacken, direkt in die Ohren und mit dem Handy koppeln, denn der Sound ist definitiv richtig gut, muss man sagen. Sound-Bild-technisch ist das Ganze so ein bisschen auch auf basslastigere Musik definitiv ausgelegt. Also ihr habt hier schön kräftige Bässe, die abgebildet werden können, aber das Ding kann auch hervorragend höhen, heißt ein sehr guter Allrounder und wirklich, ja, für verschiedene Musikstile geeignet. Anders als vielleicht bei den Beats Audio damals, wo wir ganz klar sagen mussten, okay, die gehen komplett nur Richtung Black Music, Hip-Hop, R'n'B und so weiter. Also sehr, sehr basslastig. Da sind die hier tatsächlich komplett ausgewogen. Gar kein Problem, auch mit denen etwas anderes zu hören. Was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefällt, ist dann die Sprachqualität, wenn man mit den Teilen telefoniert. Natürlich haben wir hier eine Mikrofontechnik verbaut und das nicht irgendwie, sondern wir haben hier die Möglichkeit, auch Dual-Voice-Calls durchzuführen. Das heißt natürlich auch hier nochmal eine verbesserte Sprachqualität und die Interaktion mit Google und Siri. Das heißt sowohl für Android als auch für iOS-User, hier ist euer Sprachassistent integriert und komplett kompatibel. Was das toll macht, ist natürlich, dass man einfach unterwegs Sprachbefehle absetzen kann und die werden direkt bearbeitet. Und das macht die Dinger natürlich deutlich smarter als jeden anderen Kopfhörer, der hier auf dem Markt ist. Und das funktioniert eigentlich nur mit einem Touch, von daher auch so ähnlich wie Amazon beispielsweise mit den Echo Buds, das es im Vorhaben drin hat, hat man das hier wirklich gelöst für Siri und für Google Assistant, was ich persönlich super cool finde, dass das ebenfalls noch eine Zusatzfunktion ist. Natürlich hat man auch dann sich gedacht, wenn wir schon mal das Ding raushauen, dann machen wir es auch so einfach wie möglich, was die Direktbedienung angeht. Wir können hier beispielsweise natürlich auch die Kopfhörer einzeln einsetzen. Dann können wir einen deaktivieren, einen aktivieren, also auch als Headset-Funktion perfekt nutzbar. Und gleichzeitig können wir auch ein zweites Bluetooth-Gerät im Prinzip koppeln. Das heißt, es ist nicht nur möglich, diese Teile mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden, sondern man kann auch gleichzeitig einfach beide Bluetooth-Geräte im Prinzip koppeln und er merkt sich dann im Prinzip auch, auf welches Gerät er zugreifen kann. Was hier sehr, sehr gut ist, wir können das dann mit dem Smartphone eigentlich relativ einfach aktivieren und deaktivieren, indem wir einfach auf dem jeweiligen Gerät das Bluetooth aktivieren oder deaktivieren. Und dadurch haben wir dann hier die Möglichkeit, dass wir nicht jedes Mal, wie bei anderen etwas günstigeren Herstellern, muss man auch dazu sagen, das Problem haben, dass wenn wir jetzt ein anderes Smartphone oder ein iPad oder beispielsweise natürlich auch den Fernseher haben, dass wir dann jedes Mal einen kompletten Einrichtungsvorgang aufs Neue durchführen müssen. Das funktioniert sehr flüssig und das ist auch sehr zuverlässig und erleichtert dann einfach im Alltag super viel, gerade wenn ihr die Dinger mit mehreren Geräten koppeln möchtet. Insgesamt muss man wirklich sagen, für unter 70 Euro kenne ich persönlich derzeit keine Bluetooth-In-Ears, die besser sind. Mir fallen hier wenige negative Punkte ein, vielleicht bis auf das goldene Design, weil es einfach komplett Geschmackssache ist. Auch das finde ich auch schick gelöst. Von daher, wenn ihr auf der Suche seid nach richtig, richtig guten In-Ear-Kopfhörern, dann guckt euch die definitiv einmal an. Hier für diesen Preis umschlagbar, wie gesagt, standardmäßig 100 Euro heute im Deal für 69 und zusätzlich gibt es nochmal einen 10% Rabattgutschein. Auf Zeit begrenzt natürlich einmal unter dem Produktpreis. Der ist gültig bis zum 25. Januar, deswegen seid bis dahin auf jeden Fall schnell und sichert euch die Teile, wenn ihr die haben wollt. Bis dahin natürlich bei Fragen gerne alles in die Kommentare schreiben oder bei Telegram rein. Und natürlich, wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, Link zum Deal ist für euch in der Infobox drin. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Bis dahin hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, auch die Glocke aktivieren. Bis dahin freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.